Hotel Sanctuary wird doch auch schon wieder story relevant sein es gab am Rauthausviertel zwei Dias von dem Projektor wir haben erst einen hier, Geschäftsviertel grünes Gel, ne Sicherung Oh, eine Hand Oh, eine Hand Da ist schon wieder so ein Bild, diesmal von einer weißen Dame. Hat so ein bisschen was von diesem Bioshock-Look, äh, Webshow-Look. Wenn die Bilder nicht auch irgendwas noch zu bedeuten haben, irgendwann. Für eine andere Mission. Wieder etwas freibegebbares, aber nix ist hier. Ein schöner Raum, wo wahrscheinlich nix außer dem Bild relevant ist. Das Spiel wollte wieder, dass wir direkt ins Theater gehen. Dass wir gar nicht alles erkunden. Vorher passierte nix. Wenn ich nur den Transporte hätte, dann wäre alles gut. Ich bin hier fest. Ich bin hier fest. Ich bin hier fest. Verliebende. Ja. Dann bin ich hier fest. Ich bin hier fest. Ich bin hier fest. Ich bin hier fest. Ich bin hier fest. Das war mit der Ölder. ich hoffe das mit der hupe war kein event was ich getriggert habe als es anfing und jetzt ist es vorbei hier ist nichts aber schön dass wir bei grunts mission einen schalldämpfer bekommen haben wächterin könnte auch wieder kommen da ist nämlich ein haufen aber Ah, wirklich? Ah, wirklich? Ach, Mann. Wenigstens habe ich noch die Munition. Nicht die Probleme wie im ersten Teil. Ich habe noch die Flasher. Okay, die Resonanz kommt von da hinten Okay, sie haben es sich geschafft Was habt ihr denn schönes? Lagerraumschlüssel Mit diesem bei einer Leichen an der Gasse gefundenen kleinen Schlüssel kannst du den Lagerraum in der Nähe der Post Plus Filiale öffnen Wo ein Schlüssel ist, ist auch ein Schloss Aber wo genau? Scheiße, ich bin hier fest Ich muss hier raus Ich wollte doch nur den Transporter holen und dann von hier verschwinden Hilfe! Hört mich jemand! Oh Gott Ich sterbe im Sam Es wird sein, als hätte ich nie existiert Tut mir leid, Lawson Ich kann dich wohl doch nicht mit dem Transporter abholen Die Wächterin Jetzt ist er da Lagerraum Vielleicht Vielleicht hier oder da Äh, hier Da wo Dieser eine herumgeistert Der Start Tür ist 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 Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Alter, was? Ha, 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 ha! 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 Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ich glaube jetzt ist vorbei. Oh, das war knapp. Das war dieser eine Kopf noch. Das war aber echt knapp jetzt. Langläufige Strohflinte mit mittlerer Reifert hat einen langen Lauf, der größere Entfernung Schaden verursacht. Oh nein. Ist das jetzt so gewollt oder ist das Zufall? Geh weg. Die rollen schwarz da draußen schon wieder. Scheiße. Geh weg. Ähm. Geh weg. Alter. Was war das denn jetzt? Sie rennt auf mich zu. Und würden dann plötzlich alle Gegner wissen wo ich bin. Geh weg.